Hallo Freunde von Dr. Bott. Ja, ratet mal, wo ich jetzt mal wieder bin. Wie ihr hört, hört ihr nix. Ich bin mal wieder an meiner Lieblingsstelle, weil ich im Moment auch noch nicht so viel anderes kenne, obwohl ich schon so oft hier war, am kleinen Peetsche. Ich habe eine ganz feine Pose ausgeworfen, mit einem Madenbündel dran. Und wollen mal gucken, was sich hier so tut. Es ist mal wieder wunderschön hier. Das Wetter ist im Moment nicht so schön. Im Moment hat sich das ein bisschen beruhigt. Aber das hält uns ja nicht davon ab, hier nochmal ein paar schöne Stunden zu verbringen. Oder? Es ist wie immer traumhaft hier. Und natürlich, wenn ich was fange, dann erfahrt ihr das als erstes natürlich in einem Part 2. Alles Gute und bis bald, euer Dr. Bott.